Auf der Suche nach den besten Döner in Deutschland starten wir einfach mal direkt am Düsseldorfer Hauptbahnhof und wir testen den ersten Kebab, den wir hier finden. Die erste Adresse ist Antalya Döner, der ist direkt gegenüber vom Bahnhof und ich bestelle mir hier einfach mal einen klassischen Döner vom Kalb. 6 Euro ist anscheinend auch hier schon ganz normal. Der Spieß ist auf jeden Fall kein Schichtfleisch, die Optik vom Döner ist aber in Ordnung. Wir haben angedostetes Fladenbrot, genug Fleisch drin, das Gemüse mit dem Weißkraut schmeckt frisch. Die Currysoße hat anfangs etwas irritiert, aber in der Kombi harmoniert das ganz gut. Ich muss euch ehrlich sagen, dass das mit Sicherheit nicht der Beste ist, aber wenn du einen Hunger hast und in der Nähe bist, machst du hier nichts falsch. Hier ist mein aktuelles Deutschland-Ranking und schreib mir deinen Tipp unbedingt in die Kommentare.